wie du rufst das mikrofon rundher ich versuche es nicht zu tun ich bin schon wieder am pc und er rupt das doch ich sehe es doch kommen der rupt das doch runter ich hab die kabel schon gefilzt alles gut ja ja bis das hier irgendwie locker wird das kabel ich sehe es kommen dann gibt es echt hier dann gibt es aber Kabelseite hinunter oben da haben wir trocken jetzt geht es zu den Bord auf hoffentlich packen wir das auch relativ minderwertig nein du schlägst mich nicht du schlägst mich auch nicht ich wäre echt froh wenn jetzt hier mal ein paar rufsymbole wären nur noch level 78 hilf mir da jemand bitte bitte lass dich in Ruhe geht weg komm schon und hat ihren kopf ein wenn ich da jetzt die waffung kann ich nicht aufnehmen verdammte Kacke niemand will mitspielen gut gehen wir alleine rein ob wir packen aber einfach mal Kopf und jetzt komm hoch denn sie müssen sagen sie ist echt der minderleidigste Denz hier was das hier rauskommt so nicht gerade glücklich ein anderer Skorpion deswegen weiß sie die verfeiert und das vielleicht ist die Frau keine Ahnung also ich weiß halt nur eins dass man eigentlich den anderen gegen die benutzen kann aber wie brauche ich nicht auch nicht da es kommt schon jetzt quasi kristall die Seelenmasse mit Seelensperren seht ihr was ich meine ich bin fast am Arsch ich aber gegen Magie nicht gerüstet bin macht ihr das nicht öfters hau öfters zu hau doch mal öfters wieder nein nicht das haut das andere nein nicht das haut doch mal wieder den Giftbranken runter ja genau wie Monster Hunter Footsteps for the fucking Wind weil ihr nichts könnt ihr Pussys ja genau es ist so logisch dass das natürlich neben mir einschlägt da war ja nur gerade noch an den Baum die Nutter ja wieso sollte ich ach Evo Gäseguren braucht den Mensch lächerlich das ist einfach nur zum Kotzen ganz ernsthaft das ist einfach nur zum Kotzen kein Mensch kann kein Ver- fach ich kann dich aussprechen ich kann ich kann schreien ich kann schreien kein verdammter Nigger kein Wichser kein Schwanz kein Arsch will den Boss machen sonst überall kann man hier hat man die Rufs und Bulle hingeflatzt hat man die hingefuckt hat man die angenommen und jetzt wo ist jetzt was ich sehe jetzt nichts gar nichts da nix ich hasse diesen Gegner so dermaßen der so richtig abgefuckt ist das Schmelzerdämon ist noch eine dumme Größe es gibt eh noch ein paar Bosse die noch schlimmer sind als der Schmelzerdämon ähm und als die verlorene Sünderin die sie jetzt gepatcht haben nachdem ich sie endlich gefuckt hab aha da tauchen aber auch keine Menschen auf ist das so lächelig da warten wir einfach mal kurz taucht echt nix auf wie lächerlich das ist das ist so Hardcore das ist so Hardcore sonst bei jedem Boss jetzt plötzlich nach dem neuesten Patch taucht nix mehr auf weil alles lächerlich ist da sind sie Level 1000 aber es nur bis 800 Euro was geht und selbst da geht es nicht da haben wir noch nicht aufgetaucht wieso bist du nur so kackt wieso ist das nur so behindert aber hey die denken sich ja cool das ist gut das kann man machen na gut dann heißt es wieder ich gegen die Nutte und die Nutte gegen mich das kommt raus stark ist sie ja nicht mal ja komm das ist ja dann überdimensionen der Peninsersatz nutzen mich zu schlagen wir sind ja was ich meine ist so krass das hat sie das macht sonst nee weil es ist so gut da werde ich noch hören weißt du wenn du dich nicht einboden weil du ja übelst einfach ja richtig einfach macht die Angriffe damals als ich nicht mehr macht die gar nicht mehr ey was ist jetzt ja jetzt bin ich gleich penetriert ja sonst wo wir sind ich denke das Monster hat so geil wenn das so passiert boom boom dann ist richtig schön drauf kloppen ich gehe voll ab ich gehe voll ab ich gehe voll ab ich gehe voll ab um auf die erste rechten um komm schon also wenn ihr aus auf Link bei mir ist recht also nur drauf ich entfange mich immer mehr vom Mikrofon ich muss da gespannt drauf gucken jetzt macht sie wieder diese hessische Bitch-Move so schwer ist sie mich gar nicht sie ist eigentlich Pipi sie macht so wenig damage weil jetzt eh aber an sich ist die Pipi-Fax die Schmerzüge und Bitch er zeigt nicht nicht ein hessischen penetrierenden zwei Monster schwarzen Megadildos einer ist kaputt endlich für die Spezwecken dass die kaputt gehen dann kann ich nicht mehr diesen Megamonstertaywhip die aller Diablo komm mach den anderen hau den anderen penetrieren den Megakock an mich ich hätte noch da liegen müssen jetzt hab ich Zeit zum heilen das war zu sauer und hier wird auf Piss wie viel damage die aber auch machen muss ich wenn du musst du mal verbessern ich brauche neuer gesagt ist ja echt penetrant hau den anderen penis auf den boden komm schon mit slow and slap was ihr spieler genau definitiv geht das auf mich ja ja komm heil dich heil dich heil dich heil dich so lächerlich wenn ihr ihre magie nutzt ihre magie das ist so gepowert ich hab leider keinen Hedge die auch hier mit Pyromantieflammen oder so bombardiert ja er macht sie macht mir einfach mit einem hit fast alles weg haut dein penis aufs boden los mach es ich ram ihn rein oder so jetzt hätte ich nur einen penis in den boden ram müssen verdammte scheiße der boss kämpft dauert so lange komm schon jetzt kann sie nur noch klappt schlappig teel und seht ihr das das ist Pippi einfacher jetzt kann ich von hinten jetzt könnte ich von hinten ran gehen komm heil dich heil dich heil dich darfst du nicht sterben wenn ich jetzt sterbe ich weine ich meine ich fang jetzt echt am mikrofon an zu weinen dann dann ach ach Johnny geh weg verschwinde ach ach ich habe noch nie was noch böse die 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 Dieser Mini Tail Whip, das ist so geil. Sonst machst du auch immer deine hässlichen Drecksangriffe, die auf den Sack gehen. Das ist ein verdammter Fehlergrad, ich dachte, ich bin jetzt Arsch. Rage doch mal nicht so rum. Beruhig dich, Padrone. Das war so klar, dass sie noch mal reingekommen. Komm! Ah, fuck! Komm! Eins! Zwei! Sie ist tot! Oh, jetzt habe ich aber ganz schön geschwitzt. Oh mein Gott! Oh ne Scheiße, das war echt nicht einfach. Das ging mir echt auf den Sack, weil ich einfach so wenig Damage mache. Ich brauche einfach Glitzer und das Tetanit mehr. Oh, ja gut. Besorg das erstmal. Ach stimmt, das sind ja hier diese. Richtig barbarischen. Mastodons. Ja, nicht ganz einfach sind, aber später kommt auch so zwei auf einmal gekommen und der ist echt nicht lustig. Also einer alleine ist ja noch easy piece. Aber so alle Sam, also zwei Sam, so ist nicht lustig, sage ich mir, wie es ist. Echt nicht feierlich. So, mein, was ich von uns meinte mit dem Schmelzer, dem man, apropos, wenn ich jetzt, also wenn ich es gar nicht hier bin, dann wollte ich ja hin. Die Regierde nach dem Item, was ich möchte, ist das Schild von dem. Denn es hat 100% Feuerabsorbation. Und ich muss echt sagen, das ist nice. So, ich jetzt ne Pfade. Ja, so, die töte ich jetzt. Schwarzschwand, Schwarzgorpion, Stecher. So, schnell, Eier, mach hin.